Moin, kommen wir mal zu einem leidigen Thema, die Maskenpflicht. Meine Däststofffetzen im Gesicht ist jetzt für mich kein Problem. Aber was ein Problem ist, ist die gute alte deutsche Bürokratie und in Hamburg haben die jetzt den Vogel abgeschossen. Seit gestern dem 12. Oktober 2020 gilt in Hamburg die Maskenpflicht auf bestimmten öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen. So weit, so gut. Nur um unterschiedliche Uhrzeiten an verschiedenen Tagen für die einzelnen Plätze wird dann doch etwas kompliziert. Und so wird es tatsächlich auf der Homepage in Hamburg ausgewiesen. Realsatire at its best. Maskenpflicht gilt zum Beispiel auf dem Alma-Wartenberg-Platz einschließlich der Bahnfelder Straße im räumlichen Bereich zwischen und einschließlich den Hausnummern 135 bzw. 146 und den Hausnummern 183 bzw. 188 der kleinen Rheinstraße im räumlichen Bereich bis zu und einschließlich den Hausnummern 3 bzw. 6 der Nüttlinger Straße im räumlichen Bereich bis zu und einschließlich den Hausnummern 5 bzw. 12 der Friedensallee im räumlichen Bereich bis hin zu einschließlich den Hausnummern 7 bzw. 14 sowie der Bergwiesstraße im räumlichen Bereich bis zu der Hausnummern 7 Freitags und Sonnabends von 19 bis 3 Uhr am Folgetag. Oh, ich liebe es, wenn die Stadt Zungenbrecher veröffentlicht. Oder auch auf dem Hans-Albers-Platz einschließlich der Fetischstraße im räumlichen Bereich zwischen und einschließlich den Hausnummern 11 bzw. 24 bis 21 bzw. 28 Freitags, Sonnabends sowie an Feiertagen und Tags zuvor jeweils von 18 bis 4 Uhr am Folgetag. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Das ist Aktionismus, der so absurd ist, dass er doch nicht wirklich hilfreich ist. Das sind doch in keinster Weise ernsthafte Konzepte. Da kriegt man noch eine Überdosis Allmann davon. Eine rechtlich saubere Allgemeinverfügung, wo nur Leute, die über ein fotografisches Gedächtnis verfügen, sofort wissen, wie man sich zu verhalten hat. Es ist genauso beknackt, wie eine einzelne Straße für Dieselfahrzeuge zu sperren. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und keiner hat sich die Frage gestellt, was ist, wenn bis und einschließlich der Hausnummer 7 bzw. 14 noch 7a bis D bzw. 14a bis F folgt, dann auch noch der Donnerstag ein Feiertag wäre und schlussendlich die Zeitumstellung erfolgt, hat sich keiner damit beschäftigt. Dann haben wir aber auch den kompletten Salat. Dieses Nachvollziehen der Zeiten und Orte mit Mastenpflicht in Hamburg spricht Regionen in meinem Hirn an, die ich zuletzt bei Dr. Kawashimas Gehirnjogging trainiert habe. Wieso nicht einfach im gesamten Innenstadtgebiet rund um die Uhr, bis die Zahlen wieder runter sind? Hier wird es langsam so absurd, denn viele Regeln werden jetzt schon nicht konsequent umgesetzt. Aber eigentlich ist doch nichts, noch zusätzliche Regeln zu erlassen, die dann auch nicht konsequent umgesetzt wird. Ich meine, hat das mal irgendjemand in einem Praxistest erprobt oder werden jetzt dauerhaft solche Megafondurchsagen gemacht? Aber das ist wie mit diesem Reisen momentan. Also man darf als Berliner beruflich nach Brandenburg pendeln, aber nicht dort Urlaub machen. Und in Bayern dürfen Menschen aus Risikogebieten nicht Urlaub machen, es sei denn, sie kommen ebenfalls aus Bayern. Und als Kölner darf man nicht nach Mainz, aber umgekehrt oder was andersrum. Ich weiß es nicht. Mit diesen ganzen Regeln von diesem Beherbergungsverbot, ach was ist das für ein Zungenbrecher? Da kommen wir voll durcheinander. Und prinzipiell finde ich ja die Idee dahinter nicht schlecht, Reisen und Kontaktaustausch zu minimieren. Das ist wichtig. Und nur die, die eben unbedingt, also quasi Berufler, Pendler und so zu anderen Orten unterwegs sein müssen, sollte noch unterwegs sein. Also quasi Minimierung der Ausbreitung. Vollkommen in Ordnung. Aber das Ganze sollte halt vernünftig umgesetzt werden und nicht so allmannmäßig, wie wir es hier im Moment haben. Ja, was ist eure Meinung darüber? Schreibt es gerne in die Kommentare. Am besten sehr sachlich und konstruktiv, damit wir einen schönen, fairen Diskurs haben. Ja, und dann bedanke ich mich für die glückliche Aufmerksamkeit, bewertet ruhig das Video, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer ungeschminkter Blackscreen. Broadcast yourself, broadcast together.